Ha und hallo, ole ole zu Hü oder Hott, jetzt mit Christoph Kramer. Christoph, bist du bereit? Ja. Eine Minute, ab jetzt. Fußballprofi, Knochenjob oder Traumberuf? Traumberuf. Premier League oder Primera Division? Primera Division. Einzelkämpfer oder Teamplayer? Teamplayer. Popcorn oder Nachos? Popcorn. Proteindrink oder Bierchen? Bierchen. Jeck oder Karnevalsmuffel? Jeck. Playstation oder Xbox? Playstation. Das kommt alles so schnell, Wahnsinn. Fernsehen oder Podcast? Fernsehen. Was? Trainieren oder massieren? Massieren. Oder massiert werden? Passiert werden. Kino oder Netflix? Netflix. Kopfhörer oder Kopfbälle? Kopfbälle. Heimspiel? Kopfhörer. Doch, Kopfhörer? Ja, ja. Echt? Jetzt mittlerweile schon. Heimspiel oder Heimkino? Heimspiel. Smoking oder Trainingsanzug? Trainingsanzug. Burger grillen oder Gras fressen? Burger grillen. Currywurst oder Kaviar? Kühlwurst. Berge oder Meer? Meer. Flachbild oder Sportbild? Flachbild. Schiri oder Videobeweis? Schiri. Pizza oder Pasta? Pasta. Saturn oder Mediamarkt? Mediamarkt. Liebesdrama oder Actionfilm? Actionfilm. Tablet oder Zeitung? Zeitung. Und das war eine Minute Hüdehot mit Christoph Kramer.